Wunderschönen guten Abend hier im Spiegelzelt und am Dortmund RU. Schön, dass Sie da sind. Das freut uns. Also ich merkte voll, ich habe gerade gehört, wäre ein bisschen kalt hier drin. Das wird gleich richtig warm und die Hitze werden Sie ausstrahlen. Dankeschön. Warum machen wir das? 25 Jahre Theaterhausflättspitzel in der Humboldtstraße, 30 Jahre Ensembleflättspitzel. Wir sind Kulturhauptstadt. Genügend Gründe, um eigentlich ordentlich zu feiern, aber der Ruhi kann eigentlich immer feiern, egal was ist. Bevor es losgeht hier auf der Bühne mit einem tollen Programm, der kleine Werbeblock. Jeden Montag Pommes, Currywurst und Bier und ordentlich Kabarett auf der Bühne für 15 Euro. Jeden Dienstag 5-Gänge-Menü, 32 Euro. Hier auf der Bühne Siegfried und Roy, das sind nicht die beiden mit den kleinen weißen Tigern, das sind die beiden Rolldäus vom Geierabendensemble. Tolles Programm, serviert wird von den Mitarbeitern von Tante Amanda, die Küche natürlich auch. Tante Amanda aus Westafille, immer lecker. Am Mittwoch, Leo war Albus und Gästin, das braucht man nicht erklären, es sind Kabarettistin aus dem deutschsprachigen Raum. Gestern Abend war Tina Teufner hier und am nächsten Mittwoch Nessi tausend schön. Heute Abend, der Abend ist selbsterklärend. Am Wochenende ist Fritz Eckenka hier im Spiegelzell, Freitag und Samstag ausverkauft. Es gibt noch wenige Karten an der Abendkasse und so geht es weiter. Sie müssen sich bei allen Tagen, so wie die meisten Wochenenden Veranstaltungen. Bruno Knus fast immer ausverkauft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, jetzt habe ich den Namen schon so oft gesagt, Bruno Knus, Bruno Günner Knus mit der Arz-Vegas-Segas-Benz. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Soll ich auch mal ein Foto von dir machen? Ich bin auch mal drauf. Es sind immer die armen Leute, die überall oben im Fotoappart rumlaufen, wie ich selber draufsehe. Aber ist digital, kannst dich reinkopieren, bitte. Pass her, Bruno! Mafia ist ein gut organisiertes Unternehmen und macht Gewinne. Zum Ablauf heute Abend ist gesagt, ich möchte ein Foto machen, muss auf Gebäude stellen und auf Personen. Hallo! Nicht winken, wie sie bei Glücksrat. Wenn die Sonne lag, blende nach dem Revier, blende die Ehe. Bei niemandem 6,5,6 macht der dich. Genau so brauche ich das. Dauert das immer so lange, wenn du überall so langsam bist. Das ist eine blutliche Ehe. Das ist die ganze Zeit.